Hallo, was geht und willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Fokus-Kanal. Heute eine kleine knackige Runde mit den coolsten Jungs aus Fokus. Okay, zwei Prodessen hier und Stylo. Hey, was geht? Hey, moin. Kuba ist auch da. Hi, Kuba. Gerade noch so gerettet. Hi, grüß dich. So, wir spielen Skribbel, wir malen wieder. Also heute ist ein super Duell. Stylo und Sydney sind sehr gut. Stylo gut? Ja, und Kuba, ja. Okay, wir starten jetzt einfach. Oha. Also wenn Kuba so ist wie bei Meme-Games, dann... Hä? Okay, dann gewinne ich ja gar nicht. Oh, gespart, Kuba. Künste 1, das will ich jetzt auch sehen. Habe ich Deutsch eingegeben? Hm, ich muss das kleiner machen. War gut, Kuba. Ja, nice. Du musst immer so sehen, würdest du das erkennen, was du gerade malst? Ja, ich würde das erkennen. Nein, das ist ein Mensch, würd ich jetzt mal sagen. Ja, okay, nicht reden. Ähm, ach so, okay, sorry. Ey, nicht schreiben. Nicht schreiben, nicht schreiben. Nicht schreiben. Ja, das ist so... Ach so, nicht schreiben. Du hättest Sid malen müssen. Hey, mo. Ja, aber das war mit A. Oha, fuck. Habt ihr das? Ähm. 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 Jungs, das ist... Ist das ein... Ist das Sidneys Ding? Nee. Was ist denn das? Das ist, äh... Feuerwerk und sowas. Ganz viele Frauen sind auch noch dort. Ähm. Fuck, Mann. Ey, jetzt macht alles Sinn. Jetzt macht alles Sinn. Ich brauche mehr Zeit. Ich brauche mehr Zeit. Das sieht aus wie Popcorn oder so. Das sollte eine Flasche sein. Das sollte ein Kübel sein. Mit... Mit... Ähm. Macht so schwere Wörter, ne? Nicht so Kopf und Nase und so, ne? Versucht immer so richtig was zu zeichnen. Oh. Ich hab den Arm getroffen. Was ist... Geht's dem Typen gut? Ja. Ja. So. Und... Was? Achso. Was? Ja. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Eine Sekunde vor mir. Yes. Ich hole das Ding. Ich hole das Ding. Ich hole das Ding. Ich hole mir das. Ich hab Blut geleckt. Let's go. Super Künstler. Jetzt bin ich auch der 3. Jetzt hab ich so wenig Punkte. Wär das eigentlich gerade gemalt? Das war stark. Das war stark. Auch diese Markierung. Einzelkunst früher. Ach, das ist Zeit. Okay. Wow. Bruder, geht's dir gut? Ist das gewollt, diese Striche? Ich glaube, der ist am Zitter. Nein. Das war alles gut. Du hast ein spitzes Kind, Digga. Was ist das denn? Digga, wie wird dein Stern gemalt? Meiner. Super Zeichnung. Stern? Super Zeichnung. Warum ist Kuba immer schneller als ich? Kuba bespoilert, Digga. Digga. Ja, ich schwöre. Ich hab Maja geschrien. Super Stern übrigens. Super Stern übrigens. Super Stern. Oh, das ist Tadeus? Was?! Warum sind deine Augen da unten? Ich weiß es nicht, Alter. Hä? Ich komm nicht raus. Hä? Ich komm nicht raus. Was? Hä? SpongeBob am Quallen fischen oder so etwas, würde ich jetzt denken. Ich komm nicht drauf! Ich komm nicht drauf! Yes! Hä? Irgendwas mit... Kuba bist du dumm? Kuba ist dumm? Taddeus Tentakel! Taddeus Tentakel! Oh mein Gott! Ist das Taddeus? Oh, das ist Taddeus! Er sagt's sogar! Ich wüsste nicht mal, wie man Taddeus schreibt. Ja, das war wirklich... Wie hast du das rausbekommen? Ja, das hast du schon mal dann wo... Ich weiss nicht wie Taddeus geschrieben wird. Also? Ich bin Spongebob Fan Nummer 1. Bum bum... Loll! Ruhe! Nicht mit mir! Loll! Ok, krass! Ich will wahrscheinlich öfter Scribble, kann das sein? Ja... Einmal pro Monat... Mhm... Yes, Baby! Achso, das war's einfach. Ups! Ja, das ist grad... Oh! Jetzt kommt... So... Hm... Interessant... Wer malt Stylen? Okay, das hat schon... Wie heißt das? Ich weiß nicht wie das heißt... Boah! Hoffentlich malt das einer falsch. Schreibt es einer falsch. Ja, Sauber! Yes, Baby! Ruhe! Guck dir so... Hä? Achso, das ist ähm... 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 Stier... Dieses Spiel! Dieses Spiel, wie nennt man das? Stier... Stier... Nee, Styro... Nee, Styro... Das mit einer Hand, ne? Das ist doch voll gut, Mann! Stierreiter... Reiter... Stier... Stierreiter... Hä? Ich weiß, was es ist... Bullenwerber... Ich weiß, was es ist! Schaukelpferd! Schaukelpferd! Ich hab Pferdeschaukel geschrieben! Ach, Mann! Schlecht! Machen wir malen... Okay, okay, okay... Was ist denn das? Oh! Da sind auf jeden Fall ein paar Cheeseburger intus... Was ist da los? Soll das ein Mensch sein? Er darf nicht reden, ne? Nee... Ich glaube, das ist erstmal kein Mensch... Ah... Was? Wow... Bro... Hä? Ja, voll gut! Das Ding ist, ich weiß, was es ist, aber da scheitert es an meinen Wortschatz, Bro. Es ist halt wieder so ein deutsch... Ich verliere das Spiel, weil ich da einfach kein deutsches... Ach so, das ist ein Instrument! Oh Gott! Ja, 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 irgend sowas! Ich denke, der zeigt einen Mittelfinger! Er zeigt Mittelfinger! Wie schlecht ist das denn gemalt? Violine noch nie in mein Leben gehört! Legit noch nie in meinem Leben gehört! Geige oder so! Das ist ja eine Geige! Was ist eine Violine? Das ist doch eine Geige! Was ist eine Violine? Ja, nie! Auch das gleiche, du bist ein kleiner! Keine Ahnung! Ey! Warte! Ey! Ich hab zu lange gebraucht! Ich schwitze! Ich bin nur dein Wort! Warte mal! Darf ich was sagen? Nein! Nein! Sonst ist es echt schwierig! Egal! Echt! 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 Das war jetzt nicht so schwer! Das war jetzt auch nicht so schwer! Digga! Ich bin so gut! Das war die Frau! Das war die Frau! Ja! Ich schreibe sogar Karen! Sie heißt Karen! Stark! LOL! Drei Wörter! Ja! Ich wollte auch gerade sagen Rat! Ja! Ach so! Was ach so? Nice! Aber leider zu spät! Scheiße! Digga! Was? Wie gut ist das gezeichnet? Aber das ist doch mit E geschrieben! BMX! Oh mein Gott! Ich dachte auch, als du den zweiten gemalt hast! Da wusste ich, wie geht es BMX! Du hast das gemalt! Aber ich denke irgendwie an BITE! Style lobt der Dings Sitten damit sich nicht so gut gemalt! Ich bin verblüfft von mir! War das gut? Ja! War gut! Es sah super aus! Verblüfft von mir selber! Wenn keiner Sid lobt, muss ich es selber loben! Mach ich auch selber! Wenn es so ist, dann lobe ich mich halt auch selber! Hä? Hä? Du warst doch! Kuba! Knopfaugen! Nasenhaare! Schreib nochmal! Nasenhaare! 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 Bro, mit einem A! Nasenhaaren! Mit einem A! Hä? Oh Gott! Nasenhaar! Bro! Aber da mach doch nur ein A hin! Nur so eins! Wer mag gerade? Was ist denn das? Ne! Oh mein Gott! Das gibt einen Daumen runter! Ich bin so gut! Das gibt einen Daumen runter! Ja, aber ist ein schweres Wort! Ja! Vermieter! So gut! Der hat den Schlüssel! Wegen V! Das war das einzige was mir eingefallen ist! Weil die da ging nicht! Aber was heißt? Soll das ein Schlüssel gewesen sein? Schapun los! Die sind größer als die Kinder gewesen! Siehst du das wie Kinder? Äh! Das sind Kinder! Ich dachte Kindergärtner! Oh nein! Ich glaube bei mir hat es geklingelt! Warte mal kurz zurück! Boah! Ich weiß das Wort nicht! Ich habe zu spät gemacht! Ich muss das kurz googeln! Google! Google! Ich glaube der Lieferant hat bei mir... Was ist das? Hallo! Hallo! Sind Sie da? Ja! Okay! Ich kenne es kurz! Ich kenne es kurz! Du hast noch 30 Sekunden Zeit! Ich mach den! Ah! Okay! Das ist wahrscheinlich irgendwas! Oh Bro! Ich habe keine Zeit! Ich habe das nicht! Ich weiß es ist! So! Hi! Ja! Dann! Was ist denn das? Nee! Das ist zu spät! Ich kenne das Wort nicht! Schneewittchen! Nee! Das soll irgendwas mit... Schamesröte! Schamesröte! Genau! So! Wie hieß denn das Wort jetzt gerade? Schamesröte! Kann ich dir nicht sagen! Oh Digger! Das ist irgendeine Frucht! Oh! Ich kenne das Wort! Nicht! Ist es das was man am Kopf trägt? Nee! Ey Sidney ist sehr gut gemacht! Ja sowas! Sowas! Aber ich kenne das Wort aus! Das was die Frauen bei der WM tragen? Nein! Das sieht ja so gut aus! Doch! Das ist geil! Aber wie heißt das? Höh? Bam! Oh mein Gott! Ich hab drauf! Woher wisst ihr das? Ich glaub das ist leicht oder? Kranz! Das ist ein schöner Kranz schon wieder! Ja! Super ist der! Man merkt halt bei dir voll dass du kein PC spieler bist! Bei wem? Bei Style! Weißt du aber wegen seiner Hand ne? Seinen Sinn! Ja! Den Sinn siehst du hoch hoch! Machst du das mit deinem Touchpad von deinem Laptop? Nee! So sieht's aus! Vampir! Oh Scheiße! Gibt's da? Ja! Ich hab auch mal vielleicht... Hä? Ist das falsch geschrien? Mach das Closer! Ja! 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 Ja wie jetzt? Dracula? Ich würde das niemals mein ganzes Leben mit C schreiben. Werden oben kein C wäre jetzt, würde ich das niemals herausbekommen. Dracula mit 2 Uhr. Das ist das, was man immer für Menschen macht, ne? Sein Körper war auch sehr synchron, würde ich jetzt mal sagen. Ist das Nüppel? Ne. Hä? Hä? Eine Spinne? Auf seinem Nippel? Achso, das war natürlich Anlaki, ne? Irgendwas mit einem Mosk? Ne, tut mir leid, aber es kommt wieder ein Daumen runter. Moskito? Macht das keinen Sinn? Ich habe sogar kurz an eine Mücke. Sieht doch aus wie eine Mücke. Junge, du hast den roten Punkt genau da gemacht, wo ein Nippel ist. Ja, das war Anlaki, das war Anlaki. Boah, das ist aber schwierig. Wie soll man das malen? Ich weiß nicht mehr, wie da auch. Warum hast du jedes Mal, wenn du dran bist? Wie, was, wie, warum? Ich verstehe das einfach noch nicht. Ich weiß nicht, was es ist. Scheiße, Jungs, du musst googeln. Ich weiß schon, was es ist, aber ich weiß nicht, warum ich ausgeräht habe. Das ist Quatsch, ich weiß nicht, was sowas ist. Das ist der Himmel, auf jeden Fall. Ja, red noch ein bisschen, Bro. Erzähl noch ein bisschen, das ist Andres. Hallo? Oh, f***, f***. Warte. Was? Du musst hart pushen. Warte. Ich mache jetzt einen Teppich hier. Ja, und was noch? Der ist am Beten, ja? Oh mein Gott. Und er guckt nach oben. Und wer ist oben? Es ist schwierig, Jungs. Es ist schwierig. Der Mosler weiß direkt Bescheid. Ich weiß nicht, wie der aussieht. Das ist... Aber es ist schwierig. Ich weiß nicht, wie der aussieht. Oh Gott, wie dumm ich bin. Ich weiß nicht, wie der aussieht. Oder wisst ihr das? Keine Ahnung, ich wusste nicht, wie ich die Zählen soll. Uh, 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 uh. Oh, jetzt kam irgendwas. Oh, es ist einfach. What? Was? What? Ja, true, true, true. Wie hieß das? Hat letztes Mal jemand gegen mich gewonnen? Ich hab einmal mit Browns King nicht gewonnen, weißt du? Da hab ich aber nicht richtig gewonnen. 24 Stunden Strip. Da hab ich nicht richtig gemacht. Natürlich, das weißt du noch. Das ist das einzige, worüber ich gewonnen hab. Mundgeruch oder was ist das? Was? Hä? Du musst von A nach B denken. Ja, ja, ich versteh schon, ich versteh schon. Du musst so hinterrücken. Ja, ja. Stark, stark, stark. Die Zigarette ist nur größer als die ganze Mund. Auf dem Lektop. Hm. Einmal zwei. Bro, du verwirrst mich noch mehr damit, Mo. Nein. Aber du hast geschrieben. Eins und zwei. Loser. Hat dir das geholfen? Ist eins und zwei? Natürlich. Guck mal, erstes X und zweites 0. GG! Was? Ich hab gewonnen. Wer hätte es gedacht. Wieder auf dem letzten Platz. Mit Herz. Das ist halt zweimal die gleiche Ranking. Ist halt skelling irgendwo, ne? Oh Gott. Dann Sidney, hau raus! Intro. Hauptsächlich Sidney. Welche Wunder. Ich hab gewonnen in Scribble. Ähm. Ja. Lasst ein Like, dann lasst ein Naubo da, Leute. Wir sehen uns im nächsten Video. Ja. Ciao. 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 Vielen Dank.